da 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 bam paddy ist auch da ich hoffe es gibt keine lags bestimmt gleich erst mal ein standbild grüße gehen raus paddy an meiner seite ey der dutch den wünscht fast mit dem kopf gegen das energilo what the fuck ja vielleicht bringt's glück weil ich bringt's glück guten abend paddy ist am start albis am start wir sind wieder zurück mit dem nächsten cast der ersten war bei er nicht dabei unikurzlob hast ja vielleicht mitbekommen haben rasiert vom allerfeinsten Keine Ahnung, was mit denen war. Die Tarantel hat mal kurz ins Hinterteil gebissen bei den Unicorns. Jetzt geht es mit NLG weiter. Die NoLimit Boys kämpfen gegen Unique. Und beide in den Top 30. Aktueller Stand. Satz 24 für Unique. XBNS kann man hier vielleicht gerade sehen. Da sind sie. Sie stehen 3 zu 2. Und NoLimit Gaming 3 zu 3. Wir hatten ja gestern auch noch einen Cast. Leider hat man den da bittererweise verloren. Aber nichtsdestotrotz, heute ist ein neuer Tag. Neues Glück, oder Patti? Ja, neuer Tag, neues Glück. Andere Map, andere Gegner. Ich habe bestimmt jetzt wieder 5 Euro fürs Prasen. Ich meine normalerweise. Ja, neuer Tag. Vielleicht heute dann der Tag, wo die deutschen Teams alle rasieren. Wäre mal schön. Gestern war irgendwie der Tag, wo es nicht so geklappt hat. Ja, gestern war gar kein guter Tag. Also da haben wir alle verloren, die wir gecastet haben. Epic Duton verloren. NLG hat verloren. Unique Coach hat gestern nicht gespielt, aber ja, die haben es eingeleitet heute. Vielleicht kann NLG da weitermachen. Die sind auch in der SC Advanced unterwegs. Und dann später um 21 Uhr nochmal Epic Duts. Es wäre natürlich geil. Insgesamt dann wären es 3 Siege von 5 Spielen insgesamt von gestern und heute. Wäre richtig nice. Unique darfst du nicht unterschätzen. Ich weiß gar nicht, gegen wen haben die schon alles gezockt. Guck ich mal ganz kurz rein. Platz 24 ist natürlich seine Hausnummer für sich. Man hat Siege eingefahren gegen Offset E-Sports. Sehr starke Leistung. Gegen EC Brugge auch stark. Und gegen Fate. Aber ich weiß nicht, ob Fate... Aber gegen EC Brugge, die steht 1-5. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt stark bezeichnen kann. Ja, okay, okay, ist ja gut, sehr gut, aber... Okay, aber EC Brugge hat ja ein Programm, der... Oh, jetzt hat er geleckt. Paddy? Hallo? Jetzt höre ich mich gar nicht mehr. Jetzt ist Paddy weg. Okay, das war ich aber nicht. Hallo Paddy? Der ist mal weg. Okay, das war... Diesmal, ich dachte gerade wirklich... Ich dachte wirklich, mein Rechner hat geleckt und hat ein Problem, aber diesmal war es... Also der Fehler ist durchs Internet, meine Lieben, zu Paddy gegangen. Und der hat... Scheiße, Bruder. Ich hoffe, er kommt gleich zurück. Ganz bitter. Wahrscheinlich hat der Blue Screen reingekickt, meine Lieben. Und wir hoffen, dass Paddy gleich wieder zurückgeht. Also 1-5, klar, hat er natürlich recht. Steht natürlich nicht gut da, aber... Wahrscheinlich hat man, guckt er gerade nach, krasse Gegner gehabt. Ja, okay. Nicht jetzt so krasse Gegner. E.C. Brugge. Hat schon mal... Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Weil da steht schon mal No Limit Gaming drin. Asako Boas, Backe Pepsi hat man gehabt. E-Sports Club, Kiew hat man drin gehabt. Aber interessant anscheinend. Hat er schon mal gegen No Limit gespielt? 16-14 verloren? What? Die haben das Team gewechselt, oder wie? Ich bin noch nicht so ganz dabei. Gegen Unique hat man verloren. No Limit Gaming. Ein und noch. Ja, okay, klar. Gegen No Limit Gaming hat man verloren, weil dort hat man gegen die auch gespielt. Also ich bin selber gerade verwirrt. Albi kickt ihn halt nicht, wenn er... Ja, erstmal ausrasten, ne? Bleiben, mein Lieber. Sei gegrüßt. Schön, dass du noch dabei bist. Er ist einfach rausgeflogen. Bum, da war er weg. Also es hat mich wirklich geschockt gerade. Ich habe wirklich gedacht, er hat mich wirklich an einem falschen Moment erwischt. Ich erzähle die ganze Zeit. Hier, ich kann es jetzt nicht zeigen, weil ich es im Bildschirm habe. Aber ich habe irgendein Problem mit meinem Rechner. Es scheint die CPU zu sein. Es scheint die Grafikkarte zu sein. Das sind die beiden Sachen, die noch ausschließend sind. Oder sogar ein Netzteil. Da muss ich noch rangehen. Die Elgato scheint nicht zu sein. Der RAM ist auch in Ordnung. Haben wir am RAM-Böpfchen Test gemacht. Das ist auch alles schick. Keine Ahnung, bei mir ist ab und zu ja... Und dann rede ich weiter. Aber der gesamte Bildschirm, alles OBS, alle beiden Oberflächen des Windows ist einfach gefroren. Und als er gerade jetzt hier diesen gemacht hat, dachte ich gerade, er... Also, ich dachte so, scheiße, er ist weg. Und überall alles kaputt. Oh nein. Dabei ist aber auch auf meinem Gaming-Rechner er weg gewesen. Weil da läuft ja alles schicke Schnicke. Und, was auch Schnicke ist, wir gehen rein, meine Lieben. Ich hoffe, Paddy kommt nebenbei wieder rauf in das Voice. Und natürlich, dass wir hier zusammen das Ding dann uns reinziehen. Es geht weiter, meine Süßchen. Unique gegen No Limit Gaming. Und No Limit Gaming wird die Messerrunde verlieren. Damit wird man wahrscheinlich auf die Jujik-Seite reinzuscharten und ich habe keinen Anruf. Ja, Paddy? Kein Strom mehr. GG. Nein! Im ganzen Stadt, äh, im ganzen Straßen ist kein Strom mehr an. Alles klar, ja, die, 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 die... Ich dachte wirklich, ja, das... Das, das ist das Ding auch kackt bei mir gerade. Ich lasse jetzt nicht mit Paddy weg. Also, sag Paddy, sag Tschüss im Stream. Stromausfall. Tschüss. Zack, Paddy, Stromausfall. Alter, Mann, Alter. Also, wisst ihr Bescheid. Aber das ist doch gute Omen. Stromausfall bei ihm. Und dafür Glück hier bei No Limit Gaming, meine Damen und Herren. Munich. Die Russen, auch hier russisches Team, die sind heute vielleicht auch nicht gut dabei. Vielleicht kann man die rausnehmen. Genauso wie es vorher auch Unicodes of Love gemacht hat. Erstmal geht der Plan durch. QV wird aber noch nicht rausgenommen. Smiley mit einem. Der Refrag hier von Sinn. Paddy mit einem. Mh, sehr wichtig. Oh, da sieht er auch noch die Nächsten. Und dann geht er aggressiv, aber fällt dann. Und der gute Duke-Fressura kommt von hinten. Schwierig. Sorrow ist noch da. Red lebt noch zum Glück im Eins gegen Drei. Die Bombe liegt natürlich perfekt für ihn. Vielleicht kann er hier noch eskalieren. Dann kriegt er den Anschuss. Er muss ein bisschen offensiver gehen. Er wird nochmal angeplantet. Erster Schuss gibt's. Den zweiten dann versucht er auch anzusetzen. Passt nicht. Schade. Er kann ihn nicht besiegen. Das wär's beinahe gewesen. Naja, ist halt so. Pistol geht. Anunique. Ancient. Jetzt nicht meine Steckenpferd-Map, meine Lieben. Aber was sollst du machen? Was sollst du machen? Jetzt wollte ich gerade nochmal hier kurz... Äh, Discord ist nicht an. Warum ist Discord nicht an? Verdammte Axt. Discord ist nicht an. Mal gucken. Ich muss selber mir zuschicken, das ganze Thema. Ich wollte aber wenigstens so ein paar Begrifflichkeiten können. Das wär's ja mal wieder, ne? Wenn der Albi wenigstens ein bisschen was kann. Ach ja. Smiley mit dem Double Paddy mit den nächsten Konterfrags hier in der Forceball von No Limit Gaming. Oh, Sinn. Schön den Rücken rein. Aber der gute Winter kann wegkommen. Iceman ist auch noch da. Macht ein paar Shots durch die Smoke. Trifft aber nicht. QB legt die Bombe durch. Mal gucken, ob QB heute etwas besser performen kann als gestern. Das war ja ganz bitter, was bei ihm los war. Also ganz, 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 ganz schade. Hoffen wir einfach mal. Da geht ein bisschen Action. Und der Iceman mit dem ersten Frack. QB fällt. Es ist nur noch Sinn. Keine Chance. Von unten kommt einer von vorne. Kommt einer. 2 zu 0 für Unique. Aber egal. Alles noch im grünen Bereich. Das war die Force-Buy. Die Bombe wurde geplantet. Jetzt bin ich gespannt, ob sie nochmal reinforcen. Gestern haben sie es getan. Wenn sie es heute nicht machen, haben sie vielleicht dazugelernt. Vielleicht sind sie auch heute confidenter. Und gehen halt nur in den Half-Buy. Und kaufen runter auf 2.000. Gefällt mir besser. Der Play hier von Unlimited Gaming. Richtiger Call. Finde ich gut. Lieber dann in der nächsten Runde danach in die 5 AKs gehen. Sehr stark. Finde ich den besseren Play. Na, klasse. Subis, aber ich finde es heute nicht. Da kann man nichts machen. Paddy. Schöner Klick erstmal. Zwei Spieler hat man rausgenommen. Also Martin hat hier einen kleinen Half-Buy gemacht. Und das war super. Die Bombe liegt auch gelegt. Ist auch gelegt auf den B-Spot. Sorrow kommt von hinten. Also Unique hat auch ein starkes Team. Hier mit Iceman, Winter, Sorrow, Smiley und Duke. Fizura. Duke. Macht den Frag Sinn. Aber mit dem Spray seiner M4, die er aufgehoben hat. Das sind noch zwei Spieler. Drei Spieler noch am Leben bei No Limit Gaming. Und Sinn mit dem Spray. Dann am Ende. Holt sich Sorrow. Jetzt kann man ja einfach gleich antifusen. Man muss natürlich jetzt pluschen bei No Limit Gaming. Man hat keinen Diffus-Kit. Das muss man zusammen auch was machen. Zen plus Kubi machen das gut. Man hat keinen Diffus-Kit. Also somit geht es hier in 2 zu 1. Und No Limit Gaming sieht gut aus. Also starke Runde. Viel Verlust bei Unique. Die müssen natürlich jetzt voll reinkaufen. Auch wieder. Aber gucken wir Iceman an. Mit 1, 4, Sorrow, 2, 7. Also wirklich Geld ist da nicht. Dafür haben wir No Limit Gaming. Mega, mega viel Stuff. Oh, sieht aus. Falsches Team drin, wa? Sam's. Sorry, man. Was ist denn mit dem G jetzt hier los, ey? Geht's dir nicht mehr. Jetzt haben wir's. Schlimm. It's better. Rein geht's. Waffen natürlich auch bei Unique. Irgendwie hat's noch gereicht für die 4 M4s und eine Deagle. Also man kann natürlich noch was draus zaubern. Das Iceman war der mit 1, 4. Und wir haben schon Zen und Paddy schnell verloren. Also das ging's doch in Richtung Unique gerade in dieser Runde. Ein bisschen unglücklich. Winter auch mit den schon besseren Shots hier. Also ancient auch keine so leichte Map. Es ist eigentlich eine CT-Map, wie viele ja sagen. Und wir sehen's ja auch. Man hat in der Mitte gegen gepusht. Hat einen Zen und Paddy erwischt. Beide lagen direkt nebeneinander. Unglücklich. Sorry. Der böse Mensch. Der unsere Jungs einfach rausgenommen hat. Nicht so schön. Und man geht zur Rampe. An den B-Sport. Vielleicht kann man noch mal was machen. Man hat die Abdiagel nur vor sich. Iceman hinter der Säule. Muss auch noch schnell peeken. Zen, der verschießt zwar nicht ganz. 8% bei QB. Dafür ist halt ein Enduk da. Der kriegt aber keinen Zweiten. Denn Zen ist dann on point. 2 gegen 3. Alles ist noch drin. Zen und Red können es noch reißen hier. Nochmal ne Smoke. Um hier Zeit rauszuholen. Da muss es mal sich zurückziehen. Mit seinem zweiten Mann dahinter. Zorro zusammenarbeiten. Es wird ein Duell hier nochmal vielleicht geben. Zen gegen Swinter. Da war wichtig jetzt dieser Frack. Jetzt ist es ein 2 gegen 2. Und da kann vielleicht Red jetzt hier performen. Der Spray von Zen ist super. Jetzt muss hier nur Red einfach mal vorne kommen. Red die Steps sind da. Und dann will er durch die Fusen. Das ist frech. Das ist frech. Schön gemacht. Zu dritt holen sie das Ding. Gegen 5 Unix Spieler. No Limit Gaming hat auf jeden Fall Bock. Und das fühlt sich ganz klar besser an als gestern. Denn gestern war es einfach irgendwie gar nicht ihr Tag. Auf Inferno. Heute hier auf Ancient. Das schmeckt auf jeden Fall. Und fängt schon mal ganz nice an. Auf dieser Map. Und macht viel Spaß. neuen Fall diferentes. Volkswagen subsidies flammieren. Inferno. Vai mit euch DJNASSIEN. Blockenthone. Verstetrepen. れた dritte. Wir haben mit euch Gerhard. Wir haben lange nicht Richardopferl. Wiski. Wir haben Eine kleine Pistol Rounds, die kann man abfarmen, da geht ein bisschen was, schöne Runde von NLG. Mit Gedanken bin ich bei dem guten Paddy, wo der Stromausfall ist. So, jetzt habe ich mir die Map auch ein bisschen klar gemacht, damit wir was sehen und vielleicht auch ein paar ganz gute Callouts von Albi kommen. Schöne Granate gegen Red und Paddy aus der Terror-, äh, aus dem B-Spot und Duke hier mit einem aggressiven Play erwischt wieder zwei. Vorhin war es Sorrow, aber dieses Mal ist es Duke. Aber Red ist schon onside. Das könnte ja hier der Moment sein, wo man die beiden Spieler, die dort noch sind, also er kennt nur einen, vielleicht hier was rausnehmen kann. Es gibt keine Molo. Der Spray hier, kommt gut. Red kann gerade noch überleben, kann sich auch noch wehren. Kommt er weg? Er kommt weg. Duke guckt nach hinten. Also, wir sind guter Dinge. Es ist noch ein 3 gegen 4. Vorteil 2 bei Unique, aber Sinn ist da. Ein Zen und ein Red. Red ist fast raus, aber ein Zen jetzt. Zen ist Timing des Todes. Zen macht es. Den Erster, den Zweiten, den macht er nicht. Schade. Egal. Wichtiger Effekt dafür. Sinn mit dem Ersten. Kein Zweiten, denn da ist noch ein Zweiter gewesen. Jetzt wird es schwierig hier in dieser Position. Oh, Red brennt. Brennt man dem Spieler ein. Trotzdem, es reicht. Er hat zwar kein Defuse-Kit, aber ich glaube, es ist genug Zeit. So sieht es auch aus zum Defuse. Es wird zwar close. Oh, das war sehr close sogar. 3-3. Aber die Bombe lag. No Limit Gaming kriegt hier wieder Geld on top insgesamt. Also man hat das drin, das Money. Man kann reinkaufen. Und Unique, ja, eigentlich ist sowas immer bitter. Du hast schon kaum Geld. Du gewinnst zwar die Runde, aber ihr seht es. Die Waffen sind sogar noch schlechter geworden als vorher. 3 Farmers. 1 AWP und die M4. Damit du bei der Utility bleiben kannst, musst du von den M4s in die Farmers rein droppen. Na gut, aber man weiß, wie man sich spielt die Web anscheinend bei Unique. Man geht aggressiv in die Mitte. Hofft hier eventuell Pusher zu überwältigen. Ich glaube auch nicht, dass No Limit Gaming sich nochmal hops geben lässt, wenn jemand hier Aphabie Longhalter pusht. Schauen wir mal. Kann ich mir nicht vorstellen. Aphabie Longhalter Kontext Psalm ganze Das ist richtig, richtig wenig los. Jetzt geht der Go los hier. Das Winter mit dem Double-Frag gegen Salon Dread. An dem guten A-Sport, aber das war nicht schlecht gespielt von Sinn. Sinn macht den Fake. Jetzt wird geplantet, aber da ist auch Duke schon da. Die Zeit hat nicht mehr gereicht. Schöne Aktion von Unique. Man hält hier No Limit Gaming auf. Überlebt aber nur mit zwei Spielern, die man zwei AKs mitnehmen kann in die nächste Runde. Und die Jungs von No Limit Gaming. Aber wieder mit restlichem Geld hier. Deswegen kann man nochmal reinkaufen. Zwar nicht mit den besten Sachen, sind gönnt sich jetzt auch noch die AK. Also es sieht gut aus. Eigentlich immer noch sehr ausgeglichen. Man muss jetzt bloß irgendwie Unique auf den falschen Fuß erwischen und den richtigen Call machen. Red hier mit dem guten Anschluss gegen Smiley. Der zusammen mit seinem Mate Winter immer kurz in die Mitte pusht. Dann auf dem B-Fortrappiert. Dafür aber Sorrow. Gute Position. Sorrow ganz schön frech unterwegs. Holt sich diesen Frag. Dann kommt nochmal in der Mitte auch noch der Spieler von Kurz. Oh Mann, wie bitter jetzt hier. Was gerade Unique mit den Jungs der LLG macht. Schön gemacht hier. Muss man ihn ganz klar lassen. Der Fokus wandert Richtung Rampe. Dann kommt man hier einfach runter gepusht aus dem Connector. Beziehungsweise nicht Connector, aber aus dem Dick da raus. Mann, Mann, Mann. Schade. Haben sie gut gespielt. Ach ja. Drücken wir die Daumen und Limit Gaming wird jetzt wahrscheinlich die Runde abgeben, wenn nicht jetzt irgendein Wunder passiert. Die Deagles sind nicht stark genug. Smiley und Unique sind halt gut dabei. Können ja mal kurz das Scoreboard betrachten. So insgesamt sieht eigentlich relativ ausgieglichen aus. QB 2, Zen 4, aber hat nichts zu sagen. Wir haben erst 8 Runden gespielt. Also alles drin. Aber Sorrow ist hier auf Distanz mit seiner MP9. Gönnt sich. Ist auch noch sehr, sehr aggressiv. Im Winter kriegt zwar noch eine kleine Kante von Sinn, aber es reicht nicht. Man überlebt flawless hier und das tut auf jeden Fall dem Konto gut von Unique. Jetzt ist die Frage, wird Sorrow jetzt hier droppen oder bei der MP9 bleiben? Ich finde es natürlich ein bisschen gefährlich jetzt hier so zu spielen, weil man weiß, auf jeden Fall der Gegner hat natürlich dicke Waffen. Damit schwächt man sich nur, aber es ist eine gute Aktion. Ihr seht es, Iceman scheint eine andere Close Position zu spielen. Deswegen ist der MP9 da voll in Ordnung und die AK wandert an Sorrow. Jetzt gibt es wieder gute Granaten. Winter pusht runter an die Rampe. Kubi fällt eiskalt und wie aggressiv die CT ist hier runterpuschen. Es ist so krass. Support Flash kommt auch runterher. Also es ist ja wie eine Schlachtbank hier gerade gegen Unlimited Gaming in dem Fall. Also es ist crazy, wie sie den Raum einnehmen. Richtig, richtig schwierig damit umzugehen. So aggressiv kennt man hier kaum Teams wahrscheinlich. Man muss jetzt irgendwie eine Lücke finden und vielleicht hat diese Lücke genau der gute Paddy. Denn Smiley guckt gar nicht hin. Das war nice. Paddy mit dem Dabel hinter ihm war er und plötzlich ist es vorbei. Jetzt ist die AWP auf jeden Fall bekannt. Einer noch kurz. Die hat man auch. Jetzt weiß man aber wo die AWP ist. Der geht natürlich hier Richtung den Terras hinterher. Da muss man natürlich jetzt wegpushen. Jetzt versuchen wir nochmal was zu sprayen aber man geht hier einfach lang Richtung Donut Richtung Top mit und geht auf den A-Spot ein sehr, sehr starker Play hier von Paddy. Der holt die Runde zurück meine Lieben. Jetzt bin ich gespannt ob da noch bis was geht. Red dreht sich um, hört die ganzen Steps da kommt der gute Smiley nicht vorbei. Tja, sauber bestraft ganz klar weil Paddy ein Fuchs ist mein Lieben. Weiß ich wie der durchgekommen ist. Ist er durch die Smoke offensiv gegangen? Ich hab's nicht zu ganz gut bekommen. Also richtig stark richtig nice gefällt schmeckt und holt hier auf jeden Fall wieder was zurück. Ich hab erst gesagt okay jetzt kommt sich an was die Unique macht. Die machen das sehr clever sind sehr aggressiv überraschend damit auf jeden Fall und holen sich runter. Jetzt werden Red vielleicht bei den Frack machen kann er nicht denn eine Double eine Double Mollo in dem Fall die kannst du nicht aufhalten da brennst du so schnell weg. Aber sie ist ja so weiter Sorrow ist super aggressiv Sinn ist ready an der Kante Sinn in dem Gesicht von ihm und somit der erste Frack in dem Moment in dieser Runde trotzdem sind ganz schön angehittet nur noch 9% der Gute aber die Überzahl ist da man hat wirklich auch so ein bisschen was ne schon so ein kleines Trauma man sieht ja wie oft die aggressiv gegangen sind jetzt hier auf Aparbi und ja Sinn Alter schassend starkes Ding AWP hat er auch gesehen AWP noch raus den wär nice aber nicht mit Smiley der holt sich diesen Frack chillt jetzt hier am Donut Richtung A-Spot damit weiß man wo die AWP auf dem Fall steht der Rest steht am B-Spot äh hab ich gesagt am A-Spot meine ich natürlich und der Rest steht am B-Spot und es ist Iceman hier in der Kante wo vorhin Red war die Information hat man aber jetzt das muss man den Frack natürlich ziehen hat man auch da liegt doch mal eine Smoke noch nicht so ganz muss man aufpassen denn er hat noch gar keine Smoke glaube ich hier mit Connector oh gefährlich hat keiner gecheckt bitter bitter für den guten Red Pewi regelt und da ist die Runde 6 zu 5 Unique geht in die Pistol Paws mehr geht es nicht drin na oder kauft man noch mal rein boah das wäre risky du hast zwei Spieler zweieinhalb Spieler die nicht genug Geld haben ich glaube du wirst jetzt hier in dein Half-Buy gehen den Duke kauft sich vielleicht den Deagle oder droppt ein paar Deagles und dann gucken wir mal jetzt überlegen sie noch bleiben die kaufen gar nichts also den Deagle könnte man auf jeden Fall kaufen ja meine Lieben so sieht es nämlich aus also ich habe so viel Kohle Iceman und Duke das kannst du dir auf jeden Fall gönnen den Loser Bonus hast du ja auch schon so ein bisschen aber die Deagle ist hart oh Iceman mit dem Blick gegen Zen bitter der hier an der Rampe wartet sehr offen flankiert wurde oder sich selbst flankiert hat lassen weil er so weit rechts stand schwierig jetzt QB vielleicht mit dem Refrag gegen Iceman der offensiv pusht parallel hinter ihm der gute Duke die auch noch kommt aber ein QB macht das da wollte man an die Waffe versuchen zu kommen QB ist da holt sich hier den Double Frack meine Lieben sehr nice Zorro kriegt die Flash ins Gesicht 5% HP viel ist nicht dabei viel ist nicht machbar die Waffe von Zen hat noch keiner bekommen vielleicht hätte man ja auch wegschmeißen jetzt noch wenn es geht damit man nicht irgendwie den CT im Rücken hat plötzlich mit in der Cars und dann auf die DBs mal angreifen so sieht es nämlich aus und dann wird da gelegt und es sollte das 6-6 sein mehr kannst du nicht erwarten das gefällt einem das ist top der Ausgleich auf jeden Fall für Nullimit Gaming unique natürlich im Zugzwang wir müssen dann ein bisschen upsteppen die eine Runde hat man sich gerade wegnehmen lassen von diesem jungen Herren den wir gerade gesehen haben den guten Paddy diesen starken Play über kurz auf dem B-Spot weiß ich wie der da vorbeigekommen ist an dem CT-Spieler wahrscheinlich durch die Smoke an dem anderen CT-Spieler vorbei war optimal war richtig gut und so haben sie sich die 6. Runde dann erarbeitet insgesamt da stand es ja noch 6 zu 3 so lang glaube ich 6 zu 4 rausgeholt dann die letzte Runde 6 zu 5 und jetzt die Folgerunde sehr sehr stark aber jetzt vom Stand von 6 zu 6 geht es wieder in die Waffen bei unique und die hat es wahrscheinlich wieder in sich da muss man aufpassen die Utility setzen sie auf jeden Fall sehr sehr stark ein immer die Doppel Molo jetzt glaube ich M hier für die Karte obwohl ich STRG drücken muss immer die Doppel Molo jetzt hier hin wir sehen auch öfters mal Molo's die hier hin fliegen von den Jungs sehr sehr stark man pusht immer zu zweit pushen sie immer in die Mitte rein um hier abzudecken ist mir auch schon aufgefallen und hier auch sehr aggressiv oder hier aggressiv es geht sehr sehr aggressiv bei den CTs schauen wir mal ob das diese Runde wieder genau so passiert aber auch nicht verkehrt weil so räumst du auf jeden Fall ein dass man da nicht vorbeikommt und jetzt pusht man einfach durch in die Mitte man löscht ab oh wie tief man sich zurückzieht man macht diesmal einen 4 Mann B-Stack geführt bei Unique und nur ein Mann in der Mitte mit der AWP und das könnte ganz geil werden aber Duke da kann man hier seinen Rampage-Move wieder aufhalten erstmal der wird selber wieder dreist Sorrow ist hier top mit einfach an der Kante sieht den Kopf sozusagen von Paddy gönnt sich hier direkt den Double oh und Winter auch noch aggressiv über Upper B also sehr sehr bitter was hier gerade passiert smiley clean diese Runde sah erst anders aus aber nur Limit Gaming hat sich dann so ein bisschen ja festgefahren in der Mitte wurde dann jetzt systematisch einfach rausgenommen es ist nur Kyuubi der müsste jetzt zaubern müsste jetzt hier seinen Namen allen Ehren machen ein bisschen mal den Kyuubi-Modus anaktivieren ein bisschen Naruto-Style und dann wäre es nice linke Seite Naruto mal gucken was geht Rasengan oder so Kyuubi nix geht Iceman regelt es bleibt kühl und sagt nein nein hier ist nix Anime hier darfst du nicht ausrasten damit es 7 zu 6 Geld bei nur Limit Gaming ist okay wobei es eigentlich fast ähnlich aussieht wie die Runde zuvor bei Unique könnte man überlegen Half-Byte zu machen Problematik da dran ist Unique könnt ihr 8 zu 6 draus machen du könntest auch jetzt mit Paddy reinkaufen in die AK genauso wie Red sind die Diegel ähm Kyuubi ne Galil oder sowas oder ne MP9 Xen auch ne Diegel und dann haben wir hier so knappe 2000 bei jedem hast ein paar hast ein paar geile Hero Akars vielleicht noch ein bisschen Utility irgendwo rein irgendwie sowas und dann kann man nochmal gefährlich äh was machen ne also umso mehr Schaden du jetzt hier bei den Jungs bei Unique machst vielleicht auch die Runde gewinnst wäre mega nice und dann für die letzte Runde auf jeden Fall wieder alles hast jetzt nämlich komplett reinkaufen ist mir auch ein Tick zu greedy wieder das ist jetzt hier genauso in der Situation so ähnlich wie gestern wenn du jetzt reinkaufst und dann verlierst hast du halt einfach ja noch weniger wahrscheinlich als jetzt hast keine richtige Waffenrunde gehabt nicht Vollutility hier bei NLG so ein Halfway glaube ich würde ich schon feiern aber man wird sich gerade besprechen müssen wir abwarten was passiert drücken wir die Daumen natürlich wäre cool zwei Runden noch zu spielen aber ich muss ganz klar sagen wir haben ja ein bisschen länger gebraucht dass es angefangen hat ähm und äh was man aber sagen kann die Map ist wirklich klein sie geht rambazammer ne 20 Minuten ne wobei halbe Stunde sind wir schon dabei aber angefangen haben wir erst glaube ich vor knapp 20 Minuten und 10 Grüße an Mason oder Matzen wunderschöne guten Abend ein LLG Fan ist da so muss es sein No Limit Game Naming ist Support und ist wichtig wo ist eigentlich Daniel der ist gar nicht dabei normalerweise ist Daniel auch da der LLG Supporter Red Supporter number uno aber wo ist er nicht da so Pause raus es geht weiter wir gucken was sie machen sie forcen komplett rein ist auch stark definitiv auch machbar weil da hast du wirklich ja siehst du ja auch gute Waffen aber einen Zen hat halt keine der führt der Utility es ist ein Tick zu greedy nächste Runde klar Loser Bonus ist aber nicht die vollen deswegen es wird jetzt richtig krass also sie müssen holen sie müssen die Runde holen für NLG ansonsten könnte es hier gleich dann zu Halbzeit 9 zu 6 stehen und das vielleicht das Eigenverschulden je nachdem aber ich glaube sie wissen einfach genau was sie tun sie wissen was sie können mit den Waffen und ich darf nicht unterschätzen und dieses Mal hat man auch gut analysiert vielleicht in den Film geguckt oder was auch immer Unique war mit dem ganzen 4 Mann B-Stack auf jeden Fall schon bekannt und jetzt geht man einfach konsequent zusammen auf den Asport das ist natürlich das Schwierige den Retag hier zu spielen Zorro Kribbys kriegt aber die Flash macht den guten Frack die Gegensinn dafür der Refrag von Paddy der ist da das muss man natürlich auf die Planten man hat bloß die Schwierigkeit weil überall sind CTs die muss man sehr offenlegen aber es hat geklappt die Smokes waren perfekt da du hast nicht viel Zeit gehabt Winter am Donut holt sich Zen Red dafür den Refrag wieder ein Refrag wieder ein Frack von Smiley es ist noch Qubi Qubi jetzt hier One-Tail-Action Qubi smiley beendet es und die Qubi mit dem Double Frack am Ende saft die AWP der Planet war nochmal gut aber ihr seht es am Geld jetzt wird es echt kritisch die letzte Runde hier wird ein Krimi für Nuller mit Gaming schade der Asport man sieht es sehr sehr schwer zu halten weil du bist sehr offen auf dieser Map bist du ja komplett hier wenn du nicht über den Donut läufst hast du nicht diese Position und diese Position war halt so ein vielleicht ein kleiner Inplay sehr sehr schwierig man konnte halt von hier kommen von den CTs hier kommen und hier kommen schwierig 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 wer der Frack wahrscheinlich von Xen oder wer das war in Richtung Donut hier geklappt hätte dann hätte man den Raum eingenommen gehabt als Terror aber so ist es halt nicht 8 zu 6 No Limit Gaming nochmal mit allem möglichen nochmal zusammengekratzt versucht es jetzt noch irgendwie hier Iceman mit dem ersten Frack Xen mit dem Refrag oder was immer noch nicht das kann ja nicht sein die überleben gerade noch so und dann holt er den Frack aber Sorrow rotiert Sorrow macht einen Granate hinterher Xen fällt nicht zum Glück das ist nochmal ein 3 gegen 3 und es ist Smiley Sorrow haben halt gar nichts das ist so gut Red macht den Double da fallen sie einfach beide wie die fliegen jetzt ist es nur noch Winter jetzt gibt es nochmal eine Mollo hinterher von Xen einfach mal schnell aufgehoben es ist das 1 gegen 3 wenn das jetzt hier klappt läuft es auf jeden Fall sehr stark da war die eine Runde die man natürlich hier vorher auf dem A-Sport gespielt hat wichtig weil dadurch haben sie keinen 4 Mann B-Sack mehr gespielt da geht es rein Red mit dem dritten 8 zu 7 zu halb also somit ist da alles in Ordnung 7 Runden als Terror ist glaube ich hier wirklich schon sehr sehr gut kann auf jeden Fall natürlich immer besser sein kann auch immer aber viel viel schlechter sein es ist halt nochmal eigentlich eine CT-Map sie ist etwas leichter zu decken als Terror ist es nicht so leicht wir haben gesehen was alles möglich ist wenn ihr nicht aufpasst und ich bin sehr gespannt wie No Limit Gaming hier die CT der Seite spielt also die 7 Runden sind auf jeden Fall ein schönes Goldstar die Pistel vielleicht gewinnen und die 2 Folge Runden dann ist alles nice und dann ist alles gut wie auch immer und Grüße gehen raus danke fürs Zuschauen 99 Zuschauer fast die 100 für Knack danke dafür willkommen hier in der SCA Events mit dem russischen Team Unique X DNS gegen No Limit Gaming No Limit Gaming steht 3-3 Unique steht 2-3 beide Teams können den Sieg gebrauchen und Red hat sie auch schon angekündigt auf Twitter danke für den Support natürlich man möchte jetzt hier heute gerne mit einem Sieg starten in eine Siegesserie für die Playoffs und jetzt bin ich gespannt wir sind einen sind kein zweiter und da hinten steht auch noch der gute Zen Zen kann nicht connecten was machen die beiden Red mit der Double Barretter nix geht und Zoro einfach hier zu stark nimmt die QB und Red raus Pistel geht an Unique 9 zu 7 zum Start der 2.9 weiter geht's Iceman einfach rauf gepusht aber QB durch die Smoke jetzt hier an der Kante war es eine One-Way kann QB den Refact machen Paddy ist auch schon da will helfen man ist schon komplett vor dem B-Sport rotiert All-In gespielt ja Hashtag All-In meine Lieben All-In Gaming passt auch hier Name des Program All-In B meine Lieben B für Big Blind wie man es sehen mag das könnte hier nochmal ein starker Big Blind und Auftrumpfen sein wenn man es hier aus der Poker sich sieht wenn man jetzt den Push wagt die McTen noch sogar bekommt nochmal einen Klick gegen Winter setzt der in der Ecke hinten steht und man rotiert nochmal in die andere Richtung oh die Mollo kommt gut das kann man keine Mollo nur der Smoke nochmal auf Timing auch nicht verkehrt und man hat leider einen Paddy wieder auf dem A-Sport man rotiert nochmal komplett weg was natürlich ein bisschen bitter ist ich hoffe die kommen jetzt gleich wieder zurück kommt zurück auf den B-Sport man die wollen da noch die wollen da angreifen wir sehen es alle vier Spieler noch die neben sind dort man denkt wirklich komplett es geht ab QB ja muss es machen QB muss ein 3K machen QB QB klicks bitte QB QB ah schade QB kann nicht die Fracks machen das wäre so gut gewesen jetzt wird es schwierig hier nochmal einen Retag zu bringen man ist jetzt natürlich weiterhin dahinter man war schon auf dem Spot drauf da fällt der nächste Spieler es ist nur noch Paddy keine Chance 10 zu 7 hat man gut gemacht einfach bei Unique wirklich gut gemacht mit den Köpfen gespielt von No Limit Gaming denn man hat sich einfach gesagt komm wir ziehen uns zurück die waren alle Rampe bekannt swappen nochmal auf den anderen Weg vom B-Sport warten und No Limit Gaming musste natürlich jetzt hier sozusagen verschieben weil man dachte das wäre der A-Sport von der Zeit her und hat dann keinen mehr auf dem B-Sport nochmal die Fullecke hier bei der NLG ganz normal wenn man das halt kennt ist halt diese Folgerunde die sollte eigentlich jetzt hier ganz klar an Unique gehen dann steht es 11 zu 7 4 Runden Vorsprung und dann muss natürlich nur eine Gaming hier mit der ersten Waffenrunde sofort einen 11 zu 8 draus machen das wäre sehr wichtig für die Jungs von NLG um im Spiel zu bleiben denn ansonsten zieht sich diese Schlinge immer enger das ist immer schwieriger für NLG weil auf der CT Seite ist es einfach zu teuer das ist einfach leider so dieses große Problem den muss eigentlich schon auf Zwang gefühlt diese erste Waffe Runde sofort klappen am besten sogar mit 3 bis 5 Überlebenden das wäre super nice QB mit einem schönen Fracker von hinten ist schon Iceman da ich selbst komme natürlich aber mit der Mac-10 da kannst du einfach rumrennen und die Ferrari piken hier hast du ja vorhin auch gecheckt keine Chance hier QB keine Chance deswegen ist es auch so wie es ist 11 zu 7 4 Runden Vorsprung jetzt die Waffen wie wir schon gesehen haben sind an der AUG sehr nice die AWP war red natürlich unser unser Machine Skin da der sieht immer noch rot QB Xen und Paddy an den M4s Utility ist auf jeden Fall gut da leider kein Diffuse Kit aber okay hoffen wir einfach wir brauchen es Iceman super frech geht einfach hier durch obwohl es eine Molo gerade kam und die Jungs hier von Unique hier sonst immer den B-Spot in der ersten 3 Runden jetzt machen sie so einen Split es geht Richtung A es geht Richtung Mitte da wird man gleich Face Zen und Red ist da Red 1 Red 2 was für ein schöner Schuss jetzt Red Nummero 3 geht da noch ein bisschen was was ist mit Zen der sieht in der Mitte jetzt hier den Spieler der vom Donut kommt oder nicht vom Donut sondern von Top mit gar kein Problem QB pusht auch und das könnte wirklich jetzt richtig nice werden hier Bombe ist schon noch mal in die Rotation ja QB ja genau das Timing ist gut jetzt kommt zurück nochmal QB noch einmal bitte noch einmal umdrehen QB das ist dein Ding Zen macht die oh QB macht es auch starke Runde von Nullimit Gaming ich habe es mir gewünscht 3 bis 5 Spieler und sie machen es besser sie machen hier das nice 5er Blatt packen sie aus sie überleben mit 5 Leuten Wunder Berski 11 zu 8 meine Lieben und damit kann man gut rein starten klar es war die Bonusrunde von Unique darf man auch nicht vergessen die packen jetzt auch hier alles auf den Tisch ihr Hammerblatt die 4 AKs plus diese AWP bei Smiley und müssen wir hoffen dass da was geht und die Granate könnte gut kommen macht viel Schaden und wir sehen auch den aggressiven Push von Energie also die machen es genauso wie Unique bleiben da cool aber jetzt ist man in der Mitte geblieben und stellt hier seinen Einspieler ab mal gucken was geht Paddy zieht jetzt hier gleich ab könnt ihr jetzt auch zwei Spieler treffen mal gucken wie es aussieht er guckt nämlich auch schon Duke zu ihm aber was für ein kleiner Shot von Paddy der ist heiß der ist richtig stark der Junge der hat oft richtig viel Bock und hat auch zum Teil in der ersten Halbzeit natürlich diese eine Szene gehabt oh und er wusste es weil er hinguckt ob er nicht auf der linken Seite so ein bisschen bleibt auch viel bitter für Paddy ich glaube der wird sich selber aufregen warum laufe ich da nicht einfach weiter links hätte ich auch noch alles gesehen bitter 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 schöner Refrag hier natürlich von Iceman wäre es immer cool aber trotzdem jetzt bin ich gespannt Zorro hat den den QB Kopf gesehen ich hoffe natürlich nicht der ist sehr aggressiv jetzt vorne möchte jetzt hier die Situation auslösen die AWP geht nach vorne sieht ihn schade bitter 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 hätte man vielleicht lieber mehr ans Tor gehen sollen unglücklich in dem Moment jetzt ist es der Vortour bei Unique und die Runde könnte schwindeln jetzt braucht man so richtig richtig starke Aktionen es ist Sinn hier an der Auge nochmal eine Mollo Richtung Winter die will man auch auf ihm besser ist das kann man nicht nochmal rotieren man weiß nicht genau vielleicht hat man irgendwas gehört vermutet noch was weil einfach nichts auf den B-Spot kommt das sind noch 30 Sekunden weniger als 30 Sekunden und es kommt nichts auf den B-Spot jetzt kommen sie endlich rauf jetzt muss natürlich hier Red was machen der kann nichts machen in einem Narker wird es schwierig Sinn ist es jetzt hier der Push rein kriegt den Frag auch nicht durch nur noch 10 der verliert hier das Duell auch noch oh man bitter 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 Winter macht ihn am Akespot klar diese 1. Duelle haben nicht geklappt schade gut gemacht von Unique vielleicht ein Tick zu frech gespielt von NLG in dem Fall zu offensiv an manchen Stellen aber man muss auch sagen Paddy's Frag war unglücklich für ihn war gut von Iceman natürlich aber für ihn sehr unglücklich da hätte man auch wegkommen können natürlich um 5 gegen 4 dann noch Tewi wurde halt er musste halt ein bisschen aggressiver gehen für die Information deswegen ist er da vorne jetzt schönes Ding Paddy ist einfach heiß der hat Bock holt sich direkt den ersten Frag sehr wichtig Duke geht einfach vor QB zielt vor da ist er auch frech warum Duke da einfach durch geht gönnt sich den Frag der gute QB und wir haben wieder einen starken Vorteil 2 Männer schon raus bei Unique das könnte die Runde vielleicht für NRG werden aber sagt niemals nie denn die Jungs von Unique darfst du 0 unterschätzen 2 L ist stark Iceman ist noch stärker und Winter ja der kommt immer als letztes und ist dann sehr tödlich Unique macht es diesmal etwas anders geht durch die Mitte anscheinend man hat dafür einen offensiven Smiley da zieht auch schon Red ab ich hoffe er kann ihn zuerst ziehen es wird ein kleines AWP-Duell geben Red gegen Smiley ja Smiley traut sich immer ein Stück weiter vor er will ihn in den Raum einnehmen aber Red muss cool durch sein Red muss cool bleiben Red nicht zeigen nicht nach vorne gehen ich weiß du willst ihn in den Raum einnehmen er ist heiß aber er muss vertrauen oh nein er hätte einfach gedrückt Red ist nicht cool geblieben wollte natürlich Informationen haben musste auf was machen aber da hat er auch schon abgezählt sehr unglücklich jetzt muss es Sinn hier irgendwie regeln Sinn braucht Performance der hat einen Step gemacht ist bekannt jetzt gibt es hinter ihm noch einen Spieler der auch noch kommt oh der kommt einfach durch ja mal Sinn Junge was für ein Monsterding holt hier Winter auch noch Beine raus jetzt gibst du mal Schackes Duell aber Winter mit 13% macht den Frack klar jetzt muss Cent vielleicht den Frack ziehen hier gegen Winter der hat halt nichts mehr er muss ihn unbedingt rausnehmen oh der macht ihn super wichtig er kann einfach diffusen er hat aber keine Diffuskits und von hinten kommt der Spieler ah jetzt hört die Steps das muss Zen fast abbrechen schön gemacht nochmal hier gibt es keinen Diffuskits glaube ich Zen muss aggressiv gehen er muss auf Smiley angreifen er muss schön gemacht Zen nein nein Zen wie viel Pech muss man haben wie viel Pech oh es tut mir so leid er flecht ihn des Todes und dann holt er ihn mit der Glock so bitter für Xen so bitter oh man schade 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 das ist übel oh es war's es war's not the time frame bad luck bad luck egal weiter geht's jetzt ein kleiner Digi-Klick war da nochmal ein kleines aufflackern von No Limit Gaming sind halt mittlerweile fünf Runden Vorsprung wir haben die Pistol Force hier bei NRG Unique kann den vierzehnten Punkt eigentlich machen Aimbot da yes from the Orb from Unique you mean 3play oh man oh man übel 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 wer weiß was da schon passiert crazy I don't know all clean all cool hope for you No Limit Gaming please or maybe Unique if you are Unique fan have fun with the cast and thank you for watching 170 viewers holy macaroni Lukas ist da Iceman ist auch der holt sich den Frank aber QB war alle mit dem wichtigen Refrag trotzdem Red fällt was für ein Spray von Iceman er holt sich einfach den Frank yo Iceman mit dem 4K der rastet einfach aus bitte Sinn gönn dir doch mal den Iceman und danach den anderen da gibst du mal einen Planversuch jetzt beide rausnehmen komm die AWP gönnt ihr die AWP ja man komm schon nimm mit der Diegel ja man Sinn bitte Sinn nein das Ace von Iceman er holt alle 5 Spieler wie close war die Runde No Limit Gaming hatte die Chance schade 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 wenn der wenn der wenn Elphino überhaupt nach Hamburg kommt da muss er muss erst mal in die Arsche treten Elphino kann auch in mein Zimmer mit reinkommen kein Problem Elphino kommst du auch zu mir da kannst du auch da sein kein Problem ich mach Platz wir schlafen verschiedene Rhythmen oh man so 5 gegen 5 14 zu 8 6 Runden Vorsprung 6 Runden die man jetzt hier auf jeden Fall weg abknabbern muss und ein Qubi der frech in der Ecke noch sitzt Qubi macht den Frank und kommt nochmal weg Qubi man was für Eier richtig dreist aber gut super super wichtig jetzt nochmal die Flash oh der hat sich selber geflasht what the heck oder kam gerade eine Parallelflash von dem Gegner bitte besieg hier Duke nehm ihn die raus aber Duke ist heiß Duke ist stark Qubi muss über dieses Duell gewinnen das wäre so wichtig ist aber jetzt auch in einer besseren Position Vorteil erstmal für NLG natürlich trotzdem ist hier alles drin was haben wir denn hier für Duell Sorrow oh mein Gott das ist so bitter er weiß gar nichts wie kommt Sorrow dahin bitte Sorrow gönnt sich einfach diesen Frag wie ist Sorrow dahin gekommen die Runde oh mein Gott Sorrow ist hier komplett eskaliert Red fliegt einfach nur noch weg kriegt den Mega Shot ab diese Runde die sah erst gut auf Sorrow hat einfach das Ding klar gemacht dieses Mal gibt es keinen Frag von Qubi beziehungsweise gegen Qubi von Smile und jetzt nochmal rangehen wird ganz schwierig alter was für ein Brett gegen Zen Qubi muss ein Ace machen was war das denn wie kam der denn da hin bitte crazy ganz ganz bitter es sah erst gut aus ich war voll fokussiert Qubi hat es gut gemacht aber irgendwie kam Sorrow da durch stand neben der AWP ich dachte jetzt ich bin irgendwie Wand an Wand aber er hat hier einfach sich den Spaß erlaubt crazy Unique auf der T-Side wirklich super stark unterwegs NLG gerade chancenlos haben einfach etwas Pech auch mit dabei aber die Jungs von Unique machen das gut Paddy aggressiv Paddy hat Bock der macht einfach für mich heute hier einen ganz ganz starken Job die Jungs von Fax da sind die anderen auch mit dabei Sin und Qubi definitiv aber trotzdem macht er einen starken Job Duke putt sich Zen Sin fällt durch Winter da fallen sie schon wieder ein bisschen wie die Fliegen man muss aufpassen Qubi ist aggressiv möchte den Spiel haben aber Duke Junge ist der Eis es ist Paddy wieder hat Paddy jetzt hier den Sorrow Move bitte Paddy mach hier die Fax aber zieht man es nach hinten Iceman ist cool Iceman macht es es könnte es gewesen sein Red im 1 gegen 4 es wird hier fast ein Ding der Unmöglichkeit er müsste komplett eskalieren einfach in der Mitte durchgeschlüpft ja miese 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 Aktion Red bitte Red come on baby Nummer 1 und nicht Nummer 2 dahinter es heißt 1 zu 0 und dann 16 zu 8 damit steht man 3 zu 4 schade 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 die Jungs von Unique DNS machen das klar super starke Performance vom russischen Team und NLG einfach auch gerade in einem Tief müssen sich auf jeden Fall rauskämpfen sollten mit dem nächsten Spiel auf jeden Fall versuchen noch diese Playoffs irgendwie zu erreichen Klassenerhalt ist auch noch muss auch noch was gemacht werden 5 Siege Minimum Mann 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 lass die Motivation nicht hängen zieht durch voller Ehrgeiz die haben heute Morgen auch noch ein Spiel wahrscheinlich läuft es dann bei Zarin wer Bock noch hat auf NLG gegen Anime Submarine und dann zocken die erstmal am Wochenende ESL Meisterschaft also es wird knapp es wird krass ich hoffe sie gewinnen morgen dass sie ein besseres Momentum haben fürs Wochenende weil mit einem schlechten Gefühl und viel ins Wochenende starten ist doof lieber mit einem Sieg starten das hat Unicorn heute auch bewiesen und gemacht fetzt auf jeden Fall ach einfach mal zwei Winz du bist schuld du bist schuld wegen dir Stromausfall gehabt der war einfach weg ganz der Block bei ihm Stromausfall ganz klasse danke dir Elfi danke dir also in dem Sinne es war leider sehr kurz es war mir kein so besonderlich gutes Vergnügen denn NLG Cast bei Albi zweimal verloren das lastet jetzt auf meinen Schultern also ich muss jetzt NLG so oft lange casten dass ich im positiven wieder bin also mindestens noch drei mal und dann drei Siege reinholen wäre sehr nice ja also danke fürs reinschauen bis gleich dann um 21 Uhr da bleiben wir so lange live natürlich wie immer mit dem letzten Spiel des heutigen Abends 21 Uhr die Epic Nudes gegen Zirko und da heißt es auch für die Epic Nudes Punkte sammeln denn die haben einen Sieg eine Niederlage ich hoffe natürlich auch wieder auf den Sieg kenne ich ja zu genüge ausnahmsweise mal heute gelackt nein nein die haben schon gut gespielt also haut da rein es war mir ein Fest und dann sehen wir uns um 21 Uhr vielleicht mit Paddy wieder vielleicht auch nicht ich danke fürs reinschauen schade dass es mich geklappt hat bei NLG trotzdem starke starke Dinger dabei aber Unique war einfach etwas stärker heute also mach's gut bis später um neu bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal